Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Hundeschea-Maschinen im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, seht ihr am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5, haben wir der Moser-Schea-Maschinen-Sit Max 50. Die Hundeschea-Maschine Moser belegte den 5. Platz. Diese Hundeschea-Maschine wird mit einem Stromkabel an Zubehör geliefert. Im Lieferumfang sind diverse Aufsätze, eine Reinigungsbürste und Öl enthalten. So sollten Sie Ihre Hundeschea-Maschine pflegen. Durch das Netzteil können Sie die Hundeschea-Maschine jederzeit verwenden. Durch die leichte und einfache Handhabung liegt die Hundeschea-Maschine gut in der Hand. Sie lassen sich mit nur einem Knopfdruck bedienen. Darüber hinaus ist das Gerät sehr leise, was es ideal für nervöse Haustiere macht. Sie können die Hundeschea-Maschine innen reinigen, indem Sie die Klinge entfernen. Umzug auf Nummer 4, haben wir der Hatika-Schea-Maschine-Trimmer. Den 4. Platz belegte die Hundeschea-Maschine Hatika. Da dieses Modell wieder aufladbar ist, kann es überall verwendet werden. Das eingebettete LED-Display kann Ihnen jederzeit den Batteriestand in Prozent anzeigen. Die Klingen der Hundeschea-Maschine bestehen aus Keramik und sind daher äußerst robust. Zusätzliche Aufsätze, ein Kamm und ein Ladegerät sind im Lieferumfang der Hundeschea-Maschine enthalten. Der Akku kann aufgeladen werden. Es dauert ungefähr 1,5 Stunden, um diese Aufgabe zu erledigen. Der Akku ist extrem leistungsstark, mit einer Kapazität von bis zu 2,5 Stunden Nutzung. Dies bedeutet, dass Sie den Hund nicht nur einmal scheren können. Da die Hundeschea-Maschine über USB aufgeladen wird, können Sie dies auch auf Ihrem Laptop tun. Auf Platz 3, haben wir der GHB-TH-Schneiderhunde. Die GHB-Hundeschea-Maschine mit Akku ist die dritte Option. Besonders hilfreich ist hier der extrem breite Lieferbereich. Neben zahlreichen Aufsätzen, Öl und einer Reinigungsbürste sind in diesem Set zwar Akkus enthalten. Dadurch können Sie den Hund auch bei leerer Batterie scheren. Das Aufladen der Akkus dauert etwa 1,1,5 Stunden und die Nutzung 1,5 Stunden. Sie können die Hundeschea-Maschine unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort verwenden, so dass Sie den Hund unbesorgt im Garten scheren können. Eine LED-Anzeige an der Hundeschea-Maschine zeigt an, wie viel Strom noch im Akku ist. Der Geräuschbegel liegt unter 50 dB, was es angenehm macht, in der Nähe zu sein. Umzug auf Nummer 2, haben wir der Wahl-Show Pro 9265-2016-Tierschea-Maschine. Die Wahl-Hundeschea-Maschine wird über ein Kabel mit Strom versorgt und liefert somit hervorragende Ergebnisse. Wenn eine Steckdose an der Nähe ist, können Sie die Hundeschea-Maschine immer verwenden. Dieser Stil ist für Hunde mit kurzem und mittellangem Fell geeignet. Es ist nützlich, da es einfach zu bedienen ist und die Hundeschea-Maschine leise arbeitet, so dass der Hund beim Trimmen viel ruhiger sein kann, als wenn er von einer lauten Maschine geschoren würde. Praktisch ist auch, dass die Hundeschea-Maschine über einen Überhitzingsschutz verfügt, der eingreift, wenn es zu heiß wird. Die Maschine fährt dann von selbst herunter. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Onaisal Hundeschea-Maschine. Die Onaisal Hundeschea-Maschine mit Acqua der klare Sieger an unseren Tests. Da dieses Modell wieder aufladbar ist, kann es überall verwendet werden. Die Hundeschea-Maschine hat eine sehr einfache und selbsterklärende Bedienung. Im Lieferumfang ist eine Vielzahl an Zubehör enthalten. Aufsätze für verschiedene Fehlarten sowie Scheren, Kämme und Ladegeräte finden Sie hier. Daher können Sie mit der Verwendung beginnen, sobald Sie Ihre Hundeschea-Maschine haben. Die Hundeschea-Maschine ist günstig in der Anschaffung und von hervorragender Qualität. Dieser Typ ist ideal für den persönlichen Gebrauch. Nach nur 1,5 Stunden Ladezeit ist das Gerät für ca. 80 Minuten einsatzbereit. Die Hundeschea-Maschine arbeitet geräuschlos und verursacht keine Angst beim Hund. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen UG-Date-Kanal zu abonnieren.